Yo Leute, ich frage mich bis heute, was die sich bei DV6 bei diesem Unfall gedacht haben. Ich weiß nicht, was der fuck ist das? Das ist nur bei Linktop, teilweise ein Stürz in der Kampfszene, da kommt so ein komisches Störgeräusch da. Ich weiß nicht, was das mit Linktop los ist, ob der irgendwie von Dämonen kontrolliert wird oder sonst was. Immer wenn man den tölt, kommt so ein... Hört mal genau hin. What the fuck ist das? Ist es den Entwicklern nicht aufgefallen? Koi, was habt ihr da wieder gemacht? What are you doing? Na ernsthaft, es ist irgendwie ein Störgeräusch, was mit aufgenommen wurde. Ich hab keine Ahnung, es ist ein Mysterium. Weil ich seit Anbeginn der Zeit, seit dem Nies des Spiels schon gekrabt und es hat mich auch beim ersten Mal richtig erschreckt, muss ich sagen. Vor rechts ist es mit nichts bei den Typenkills. Und immer, wenn den getötet hast, denkst, ist das Spiel verpackt, ist seit Playstation kaputt. Das bin mir schon echt damals Angst angejagt, aber es war immer nur bei Linktop und deswegen habe ich jetzt auch hier eine Soundgalerie gefunden. Denn es ist mit Dämonat gegangen und vielleicht wisst ihr da mehr. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schauschen-